Neben mir steht Berti Hahn, Veranstalter in Koblenz, für viele Koblenzer kein Unbekannter und heute auch zu Gast bei der ISA-Gruppe. Was verbindet dich denn Berti mit der ISA-Gruppe? Zunächst bin ich froh, dass die ISA heute hier bei uns auf der Festung in unseren Räumlichkeiten hier die Veranstaltung macht. Da bin ich sehr froh und sehr stolz drüber. Auch froh, dass ich eingeladen bin natürlich. Und natürlich der Laubenhof in Gülz, ich als gebürtiger Gülzer, ist mir das natürlich sehr nah. Ihr betreut ja auch ein Stück weit immer wieder den Laubenhof und ich habe gehört, viele Gäste des Laubenhofs gehen auch gerne zu euch ins Café Hahn. Was läuft da ganz genau als Gäste? Ich mache das Café Hahn jetzt seit über 30 Jahren, bin mit dem Café Hahn älter geworden, so auch meine Gäste. Und wenn da eine Dixie-Band spielt oder Kabarett oder so, da gibt es schon ein Programm, was auch für Senioren geeignet ist und das wird immer mehr in die Richtung gehen. Gut, vielen herzlichen Dank und wir freuen uns heute Abend hier bei dir in diesem wunderschönen Kuppelsaal zu sein. Das freut mich. Dankeschön.